Ich habe da was gehört. Na, auch an. Das ist ein Insider, das bleibt an der Stelle. Das wird noch früh genug öffentlich. Ja, Dirk, jeder kennt dich natürlich als Mann wieder von der Bühne. Du bist hier immer präsent, aber ich habe gehört, du warst schon mal Hochleistungssportler. Genau, ich wollte eigentlich nach meiner Berufsausbildung Profitriathlet werden. Da habe ich darauf hingearbeitet. Damals war ich Anfang 20. Als Triathlet hast du deine maximale Leistungsphase, zumindest für die Langstrecke, erst so mit Ende 20, 27 bis 30. Das heißt, ich war bei einer Weltmeisterschaft damals in Nizza, Langstrecke war da schon. Und da war ich der elftbeste Deutsche. Und insgesamt war ich 60. Bei einer WM-Langstrecke mit Anfang 20, das war damals gut. Ich habe nicht wirklich einen Ernährungsplan gehabt. Ich habe keinen Trainer gehabt. Das war alles selbst gemacht. Und hätte ich das alles richtig professionell gemacht, dann wäre aus mir wirklich ein guter, erfolgreicher Triathlet geworden. Ich denke, das Wichtigste, was du da hattest, war ein eiserner Willen. Das, was ich heute habe als Persönlichkeit, auch beruflich, das ist wirklich auch meiner Triathlon-Zeit geschuldet. Weil Sport und insbesondere Ausdauersport ist eine Charakterschule. Das ganze Thema morgens diszipliniert aufstehen, deinen Tag diszipliniert planen, auf deine Ernährung achten, mit Niederlagen umgehen. Du fährst mit dem Rad raus und du bist zwei Stunden von zu Hause weg und es kommt ein mega Gewitter. Und es ist kalt und es ist nass und du zitterst, du kannst kaum den Lenker halten, aber du fährst jetzt noch zwei Stunden zurück. Und das ist Willensschulung vom Allerfeinsten. Oder im Winter trainieren, wenn es morgens dunkel ist, wenn es abends dunkel ist, wenn es kalt ist, Schnee liegt. Das ist Willensschulung. Und wenn du das erlebt hast, was soll danach noch kommen? Da steckst du alles weg, weil du hast schon alles erlebt. Faszinierend, weil du weißt, dass ich aus dem Leistungssport komme. Aber es ist immer wieder faszinierend, dass dir jeder Leistungssportler exakt das Gleiche sagt. Und ich glaube auch, so ein Leistungssport ist sicherlich, was du gesagt hast, charakterlich eines der besten Schulen, die du machen kannst. Und vor allem spiegelst du ja, wie bei dir natürlich genauso, spiegelst natürlich auch das, was du da gelernt hast, automatisch in deinen Beruf. Und das kann definitiv nicht schaden. Hat aber auch, ja, also alles so. Du hast aber auch extrem hohe Erwartungen an die Leute, mit denen du arbeitest. Das kann ein Nachteil sein. Wo du denkst, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, dass du unterwegs bist und dann wird ausgemacht. Um die Uhrzeit treffen wir uns, dann geht der Flieger und dann verschlafen die Leute. Verschlafen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal verschlafen habe. Okay. Das geht nicht. In meinem Leben geht das nicht. Verschlafen. Das geht nicht. Ich finde das faszinierend, weil wenn ich dir zuhöre, könnte ich mir zuhören. Das ist exakt das Gleiche. Das wird immer eine Erwartungshaltung. Ja, Entschuldigung, warum kommt der morgens um halb sechs aus dem Bett? Warum kann der morgens um sechs keinen Sport machen? Warum, was erzählt er mir da? Ja. Das ist klar, man spiegelt natürlich sofort und sagt, wenn ich das kann, sollten das eigentlich auch alle anderen können. Und das kann eigentlich zum Nachteil sein. Also ich habe immer gerne Mitarbeiter eingestellt, die auch irgendwo viel Sport gemacht haben. Weil, wie gesagt, das ist für mich einfach Willensschule. Es gibt eine Ausnahme, nämlich Leute, die in jungen Jahren im Fußball sehr gut waren, die nicht. Da habe ich aus meinem Umfeld und auch selber die Erfahrung gemacht, denen wurde immer alles hinterhergetragen. Die mussten nicht mal ihre Fußballschuhe selber putzen ab einem gewissen Alter. Und Teamsport ist nochmal was anderes als Individualsport. Und insbesondere Fußball, also wir haben mal einen Jungen gehabt bei uns im Team. Attraktiver, durchtrainierter Junge, der irgendwie durch eine Verletzung nicht mehr weiterspielen konnte. Der schon sehr weit oben gespielt hat im Fußball, damit Geld verdient hat. Konntest du vergessen. Konntest du vergessen. Ja, wenn man dann in die Psychologie geht und denkt, warum ist das da so bei ihm? Klar, wenn du jetzt sagst, wir werden dem alles nachgetragen und keine eigene Verantwortung übernehmen. Aber gerade bei so einem Einzelsport, wie einem Triathlon, da bist du völlig auf eigene Füße. Das Besondere beim Triathlon ist, und das fand ich immer klasse, dieses Einzelkämpfertum. Also, beim Radfahren, wenn du eine Panne hast, musst du die Panne selber beheben. Das ist auch heute noch so. Das heißt, du musst bei einem Plattfuß, das ist die häufigste Panne, musst du. Und das haben wir trainiert. Wir haben trainiert, wie du in weniger als zwei Minuten runter vom Rad, das Rad raus aus dem Rahmen, den Reifen runter, den anderen drauf, das Ding aufpumpen und dann wieder einbauen und weiter. In unter zwei Minuten? In unter zwei Minuten. Damals hatten wir halt Schlauchreifen. Da war der Schlauch schon drin. Du ziehst es nur runter und machst den anderen drauf. Und dann eine Kartusche da rein und dann pfff. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und das ist toll. Also es gab keine Hilfe. Du durftest nicht Windschatten fahren. Du durftest von außen keine Nahrung oder Getränke annehmen. Es gab die offiziellen Verpflegungsstationen. Ja, aber es durfte nicht irgendeiner an der Strecke stehen, der dir dann irgendwie was gibt. Und das war klasse. Die, die am Ende angekommen sind, die haben das... Das war die härtesten. Ja, krass. Also es sind die Parallele. Das, was ich gemacht habe, ist natürlich was anderes, klar. Aber es war auch ein Einzelsport. Warst du überhaupt schon mal ein Mannschaftssport? Wie jeder Junge in Deutschland habe ich natürlich auch Fußball gespielt. Das war so die erste Sportart der Sozialisation. Mit, keine Ahnung, schon... Also ich weiß nicht, ab sechs spielst du in Deutschland Fußball bis so 13. 13 war dann Ende. Aber da ging es wirklich jeden Tag irgendwie Fußball spielen. Noch eine Frage. Warum hast du dich ausgerechnet für Triathlon entschieden? Ja. Mit 15 habe ich irgendwie eine Menge Sorgen in meinem Leben gehabt. Und habe dann ein Ventil gesucht. Und das Ventil war Laufen. Und dann bin ich gelaufen. Am Anfang zwei Kilometer, nachher zehn Kilometer. Ich bin gelaufen. Und beim Laufen habe ich immer davon geträumt, ich werde mal Marathonläufer. Marathon war damals so, wow. Ich zeigere Gänsehaut. So, ne? Krass. Und dann habe ich mit 16 ein Magazin gelesen, das die Männer nur kaufen wegen der tollen Storys, nämlich den Playboy. Mein Vater hat immer den Playboy gelesen. Und dann gab es einen Bericht über einen Triathleten. Und der wurde beschrieben als erfolgreicher Geschäftsmann, der abends aber nicht an die Bar geht, sondern der abends dann die Laufschuhe anzieht. Und ich fand dieses Image der Triathleten so toll. Zu sagen, wer ist der beste Athlet, der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer? Nein, der beste Athlet ist, der in allen drei Disziplinen hintereinander das Beste ist. Und das ist ja auch die Geschichte des Triathlons, ist ja der Ironman auf Hawaii, wo ein paar Soldaten da gesessen haben und haben gesagt, was ist das Beste? Und dann hat man gesagt, so, wir nehmen das Waikiki Rough Water Swim, 3,8 Kilometer raus und wieder zurück. Und dann das Oahu Bike Race und dann den Honolulu Marathon. Wir machen alle drei Sachen hintereinander. Aus Sicherheitsgründen fangen wir mit dem Schwimmen an, dann Radfahren, dann Laufen. Und wer das gewinnt, das ist der König der Athleten. Und diese Story war es, es war das Image. Und dann habe ich angefangen, mehr Rad zu fahren. Ich habe angefangen, mehr zu schwimmen. Ich habe mir das Kraulen weitestgehend selber beigebracht. Und dann habe ich mit 17 meinen ersten Triathlon gemacht. Krass. Das war schon auch, klar, Ventil. Sport ist ja oft für mich oder sollte auch für viele Ventil sein. Ich glaube, Sport ist auch sicherlich für die meisten Männer die beste Psychopharmaka. Als ich, als ich, als meine erste Ehe kaputt ging, hast du natürlich im Kopf, musst du eigentlich in eine Therapie. Meine Therapie waren die Laufschuhe. Ich bin damals zwischen 100 und 140 Kilometer in der Woche in Laufschuhen unterwegs gewesen. Also sonntags morgens bin ich erst mal zweieinhalb Stunden laufen gegangen. Ich habe mir Musik reingepackt oder ein gutes Hörbuch und habe mir Getränke mitgenommen. Und dann bin ich zweieinhalb Stunden gelaufen. Das war dein Ritual. Mein Ritual. Und es war, normalerweise, wenn einer läuft, dann kommt eine Steigung und dann machst du langsamer und du kämpfst dich die Steigung hoch. Das war aber ein Niveau, wo es eine Steigung gab, die hast du aber nicht mehr wahrgenommen. Okay, da warst du in der Empfanne. Ja. Krass. Ja, ich bin ganz früher immer gelaufen. Da war ich auch ganz jung. Also ich war eher eigentlich Ausdauersportler. Bin dann zum Grafsport gekommen. Warum wohl? Weil ich natürlich mit 18 bei einem Meter 79 54 Kilo. Wow, ja. Das ist ja nicht so spannend. Das ist ja nicht so spannend. Meine Freundin war Leistungsschwimmerin. Eine Meter 72 groß und 65 Kilo. Oh ja. Die hat so ein Kreuz gehabt, ich konnte mich hinten dran verstecken. Und da war mein Einstieg, zu sagen, nee, die Natur hat dich zwar so geschaffen, dass du einfach ein dünner Typ bist. Du kannst natürlich das Ganze kompensieren durch Witzen, was weiß ich was. Aber ich habe mir gesagt, nee, weißt du was, du musst dich mit der Natur nicht unbedingt abfinden. Und dann habe ich mit diesem Sport angefangen, bin aber davor auch immer leidenschaftlich laufen. Ich hatte es auch nie vergessen, wenn ich Stress hatte. Laufschuhe an, laufen gehen. Auf den Boden gucken und irgendwann sind die Kiesel so automatisiert, irgendwas so in deinem Drahen. Da hast du gedacht, äh, wo bin ich jetzt überhaupt? Wie lange laufe ich jetzt überhaupt schon? Wenn man das mal hinkriegt, das ist natürlich mega. Ja. Mega guter Sport. Was würdest du jetzt so heranwachsenden Jugendlichen, die auch irgendwann mal so im Business gut werden möchten, welche Empfehlung hast du da zum Thema Sport? Um zum Thema Ernährung, beides. Ah ja, okay. Der Vorteil des Mannschaftssportes ist, dass du in einem Team funktionierst. Also ich kann jedem nur raten, auch in der Jugend mal einen Mannschaftssport zu machen, um einfach nicht nur ein Egoist zu sein. Das spricht dafür. Das Zweite ist, Ausdauersport empfehle ich jedem, um einfach das Thema Willensbildung hinzukriegen. Das ist eine Charakterschule, das ist Willensbildung. So, und jetzt ist es bei mir ähnlich. Ich war auch immer so ein Hungerhaken und die Mädels in der Schule standen natürlich eher auf die Jungs, die athletisch waren. Immer. Und, ähm, also, was würde ich meinem Sohn raten? Also ich würde meinem Sohn durchaus raten, ey, guck dir durchaus mal eine Handel an und mach durchaus mal ein bisschen Krafttraining. Krafttraining, weil Muskeln sieht schön aus, du bist einfach auch attraktiver, attraktivere Menschen haben es einfach leichter im Leben, definitiv. Und was du auch hast, du hast automatisch in Kraftsport eine ganz andere Körpersprache. Ja. Du stehst anders da, du hast ein anderes Charisma, das fällt einem anderen, wenn du in den Raum reinkommst, fällt es einem anderen schon, obwohl du nicht da hinstehst und die Brust raussteigst und man sieht es, man fühlt es. Ja. Kann also nicht verkehrt sein. Also, ich, alle drei Sachen sind gut, jedes hat so seine Vorteile. Ähm, vielleicht mit dem Kraftsport noch nicht so früh anfangen, ich glaube, das ist mit 16, 17, 18 ist das der richtige Zeitpunkt. Ähm, aber das ist, ich bin davon überzeugt, wenn du einen athletischen Körper hast, als Mann, möglicherweise auch als Frau, ähm, du hast es leichter im Leben. Nicht jetzt wirklich die, die richtigen Bodybuilder. Nee, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel, das sage ich, aber ich weiß, beim Auto ist es auch so, wenn du einen Spoiler zu viel hinmachst, dann sieht es nicht mehr gut aus. Und dann sagst du, nee, will ich nicht haben, aber so eine grundgute Kondition, äh, gute, guter Body, muss nicht so muskulös sein, aber auch immer dieser Kompromiss, weißt du, wenn der Bus wegfährt, dass ich den Bus noch hochheben kann, sondern ich soll den auch noch einholen können, wenn er wegfährt. Ja. So der Kompromiss, sodass ich auch, sag mal, andere Sportarten machen kann. Weil wenn du halt irgendwann mal so viel Volumen hast, dann schränkst du dich ja selber ein und dann ist es nicht mehr schön. Und ich glaube, die gute Mischung, man sagt ja auch oft so, die Kraftsportler sollten mehr Ausdauersport machen und die Ausdauersportler sollten mehr Kraftsport machen. Die Mischung macht sie. Ja, also früher habe ich mir die Top-Triathleten angeguckt und die waren früher zu meiner Zeit deutlich athletischer. Heute sind sie noch fast schon ein bisschen ausgehungert, oder? Ja, aber das ist einfach so, weil das ist so eine lange Strecke, darfst du nicht ein Gramm zu viel haben. Du siehst das bei der Tour de France. Die, die bei den Bergen weit oben sind, sind die, die haben so Beinchen, so Ärmchen. Und die hungern selbst beim Wettkampf. Ja, da ist jedes Gramm zu viel. Und vor allem, du darfst halt echt keine schnell zugende Muskelfasern haben, die trainierst du dann am besten runter, weil die will eh nur Laktat. Da ist es wichtig. Aber ich denke immer so, wenn ich dann die Radfahrt, denke ich, boah, also so mein Ideal entspricht es nicht unbedingt. Mir ist es echt ein Tick zu wenig. Ja, aber das kommt halt dann drauf an, ja. Also in dem Sport musst du es halt haben. Du kannst nicht mitfahren wollen, mit solchen Oberschenken. Geht nicht. Also von daher, Charakterschule, Willenstärkung, Ausdauersport, soziales Verhalten, Mannschaftssport und den Kraftsport einfach für das Körpergefühl, auch für das Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist extrem viel Selbstbewusstsein. Absolut. Weil wenn du morgens aufstehst und dich nackt vor den Spiegel stellst und du bist ein Stück in deinem Spiegelbild verliebt, das ist gut, weil das ist Selbstbewusstsein. Ein bisschen gesunder Narzissmus kann nicht schaden. Das ist völlig in Ordnung. Ich stehe auch morgens da und sage, alles richtig gemacht, guck mal. Sieht doch geil aus, der Typ. Ja, sieht geil aus, ja. So soll es sein. Meine Frau sagt immer, kannst du jetzt mal bitte vom Spiegel weggehen? Die würde mich gerne kämmen. Es gibt einen Trend zum Zweitspiegel. Gute Idee. Das war jetzt echt mal toll. Dir auch mal eine ganz andere Seite von dir zu hören. Weil, klar, ich komme aus dem Sportbereich. Ich kenne dich natürlich jetzt hier von der Bühne, was du alles so machst. Aber für mich wieder krass, diese Parallelitäten. Und deswegen auch an die ganzen Zuschauer. Also gezielt Sport zu machen, sich gezielt gesund zu ernähren. Man muss es nicht übertreiben, aber gezielt, das macht definitiv Sinn. Und für alle, das hilft ein Business. Absolut. 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 Es ist nicht möglich.